Kennt ihr das? Ich schalte dir die Glotze ein und da läuft nur Scheiße? Da gibt's Sendungen, die sind so schlecht, da beneidet man ja seine eingeschlafenen Füße. Hab grad erst wieder so ne Scheiße gesehen, jetzt muss ich auf meinen Vorderpfoten rumkriechen. Können die nicht einfach den ganzen Tag lang Hasio Sumaki-Videos zeigen? Was Tiere so denken, ist doch witziger als der Scheiß, der eine Glotze läuft, oder? Auf aufzumocken! Scheiß Schaschlikfresse! Puh! Alter, ich sag's dir! Weg mit den Pfoten! Aber Baby! Du verstehst nicht. Du bedeutst die Welt für mich. Sie war nur eine. Du bist eine wie keine. Das glaubt ihr doch kein Schwein! Ich schwör auf alles, was mir heilig ist. Du bist die Einzige von mir. Wenn das wirklich so wäre... Aber Baby, Baby... Würdest du doch nicht irgendwelchen instant Nudeln schluckenden Allzeiten Dörnen hinterher rennen? Du Tampon-Riecher! Ich riech etwas, was du nicht riechst und das ist Muschi! Ja, ich komm her schon, ich komm her schon, ich komm her schon! Wollt ihr mich verarschen? Ihr habt doch ganz laut meinen Hang gerufen, was soll der Scheiß? Hauptsache, da schlägt ein warmes Herz in die Hose, dann kann da nichts schief gehen. Ey, was soll denn das werden? Wolltest du ja grad was reinschieben, oder was? Eine flotte Nummer durchziehen? Gleich deinen ganzen Schädel? Nein, dein Chill ist so riesig, ist ein Wunder, dass du ein Gleichgewicht halten kannst.